Hallo liebe Löwenfans, eine Handball-Home-Challenge wurde ins Leben gerufen von unseren Löwen und da habe ich einfach mal drei Gegenstände gesucht, welche wir alle wahrscheinlich im Moment richtig vermissen. Das ist ein Handballschuh, das ist ein Ball und ein Löwe. Obwohl das kein Löwe ist, aber ich habe keinen anderen gefunden, also könnt ihr eigentlich jeden Stoff, den ihr zu Hause findet. Und das funktioniert etwa so. Also ich muss auch noch ein bisschen üben, habe dafür auch noch ein bisschen Zeit. Ich wünsche euch viel Spass, das Wichtigste ist, bleibt gesund und wir sehen uns bald.